Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge World of Jumpcraft. Diesmal mit der Kirin Tor Weltquest Widerwind in Valshara bei der Rabenwehr. Hangelt euch dann an den Energiekugeln und den Energiekristallen vorbei an den Barrieren bis ihr dann am Ende bis ans lila Tor kommt. Auch wenn ich die Quests am Anfang ziemlich nervig fand, wenn man erstmal einen Dreh raus hat, ist es eigentlich schon eine spaßige Einlage. Wie steht ihr zu den neuen Kirin Tor Quests? Findet ihr sie immer noch nervig oder haltet ihr sie auch für schon mal eine lustige Abwechslung? Schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Wenn der Guide euch weitergeholfen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn ihr weiterhin mit Guides, Zumpf, Gold oder Handwerksmaterial in Farm versorgt werden möchtet, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.